Wir haben ein großes Vorhaben im Griechenland-Solidaritätskomitee. Wir wollen am 15. September eine größere Kundgebung organisieren. Das wird ungefähr die Zeit sein, wo die Troika ihren Bericht zur Lage in Griechenland übergibt. Und auf der anderen Seite finden zum gleichen Zeitpunkt große Aktionen in Spanien statt. Da haben wir uns so den Terminen ausgewählt, da was Größeres hochzuziehen. Und wir wollen Ende Oktober eine große Solidaritätsveranstaltung machen mit griechischen Kolleginnen und Kollegen, mit Kultur, Kostas, Papa Anastasius angefragt und verschiedene andere. Da wollen wir eine richtig große, schöne Sache wahrscheinlich im IGB Metallhaus machen, wenn es denn geht. So mit 300, 400 Leuten. Und alles dies kostet Geld. Wir müssen auch die Fahrkarte, also wir müssen, wir wollen die Fahrkarte, Andreas kommt heute aus Köln, bezahlen. Ich gebe jetzt meine Lieblingswürze rum und bitte euch um Reichheit gespenden für die Arbeit des Komitees und für die Fahrkarte. So, das war jetzt der inoffizielle Teil Aktion. Ich wurde gebeten, noch eine Sache anzukündigen, die auch sehr brisant ist im Moment. Ihr wisst, haben spanische Kollegen der Gewerkschaft SAT einige Supermärkte, ich sag mal, gegründet. Die sind also zu etwas bewegteren Aktionen übergegangen und ein Kollege der SAT wird am 28. August hier in Berlin beim Forum Betrieb und Gewerkschaft in der Wienstraße sprechen. So, das waren die Anführungen. Jetzt kommt der offizielle Teil. Ich freue mich, dass Andreas Kloge den Weg zu uns gefunden hat. Andreas lebt seit über 20 Jahren in Athen und ist Keller der dortigen Lage und arbeitet als Lehrer und ist aktiv in einer der Lehrergewerkschaften und im Bündnis der radikalen Liebten an Tarsia. Andreas wird jetzt 40 Minuten sprechen, danach werden wir ungefähr, also um halb 10 müssen wir Schluss machen, können wir dann eine Debatte machen, Fragen stellen, wobei ich dann bitte, es sind sehr viele Leute, dass vielleicht eine Genosse mit mir nachher nach vorne kommt, aber das können wir dann noch klären und die Redeliste mitmacht, ist sehr schwer, so den Überblick zu behalten und um halb 10 ist dann die Sache beendet. So, gefilmt werden wir, das ist in Ordnung, glaube ich, da gibt es nichts gegen zu sagen. Dann würde ich jetzt, also nochmal herzlich willkommen, Andreas, und legt los. Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank dafür, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich habe den Versammlungsleiter gebeten, mir nach einer halben Stunde zu sagen, dass ich eine halbe Stunde bereits gesprochen habe und dass ich nach ungefähr 20 Minuten dann auch zum Ende komme, damit ich nicht, wie manchmal die Gefahr besteht, über das Ziel hinausschieße und die Leute mit meiner Rede zudecke, was ja nicht meine Absicht ist. Gut, ich versuche dann mal diese Einleitung zu machen. Die Krise Griechenlands, des Euros, der BICS und aller anderen europäischen Länder muss plötzlich erklärt werden aus der globalen Krise des kapitalistischen Wirtschaftssystems, die 2008 offen zum Ausbruch gekommen ist. Das waren die Banken, die damals Pleite gemacht haben und in Nordamerika und in Westeuropa circa 15 Millionen Dollar gerettet werden mussten, die letztlich die Steuerzahler aufzubringen hatten. Die Staatshaushaltsschulden wuchsen dadurch ab 2009 überall weiter an und nahmen in Gestalt der übermäßigen Auslandsverschuldung, die im Fall Griechenlands angeblich gefährliche Dimensionen waren. Daher wurde der Fall Griechenlands im Sommer von den entscheidenden, machtausübenden internationalen Instanzen sozusagen übernommen von der Brüsseler Kommission, praktisch den Regierungen der EU-Länder und besonders Deutschlands und Frankreichs, der Europäischen Zentralbank in Frankfurt und dem Internationalen Währungsbank, die sich mit den wichtigsten Parteien des Systems in Griechenland vor allem der Demokratie, der rechtsbürgerlichen Partei, die jetzt wieder die führende Kraft in der Regierung ist und PASOK, der sozialdemokratischen Partei, vereinbart, Griechenland den Mechanismus der Memorandenpolitik zu unterwärmen. Nach den Wahlen von Oktober 2009 kam PASOK mit betrügerischen Wahlversprechen wieder an die Macht und Anfang 2010 wurde dann, begleitet von weiteren lügnerischen Behauptungen, mit der Umsetzung der Memorandumpolitik begonnen. Der Trick besteht in der Behauptung, Griechenland würde mit den Krediten der Proika vor dem Bankrott gerettet und auf diese Weise auch die Zugehörigkeit Griechenlands zum Euro gesichert und gleichzeitig auch das Weiterbestehen des Euro selbst garantiert. In Wirklichkeit verhält es sich genau umgekehrt. Bei der Politik handelt es sich um die systematische Ausflünderung der übergroßen Mehrheit der griechischen Bevölkerung von rund 85% der Bevölkerung, deren Lebensstandards durch ein ausgeklügeltes System von Memorandenmaßnahmen alles zusammengenommen in den letzten beiden Jahren um bereits rund 50% gesenkt worden ist. In Griechenland herrscht seit 2009 Rezession, die ab 2010 bewusst durchgeführt wird und 2011 7% betrug und in diesem Jahr wieder den gleichen Wert erreichen wird. Insgesamt hat Griechenland seit vier Jahren eine Rezession von ungefähr 20% bis Ende dieses Jahres, was einem wirtschaftlichen Zusammenblick auf allen Ebenen gleichkommt. Die permanent werden Beschäftigte entlassen. Im öffentlichen Dienst dieses Jahr 15.000 bis 2015 sollen es 150.000 werden. Die Arbeitslosigkeit dürfte bei real 35% oder mehr liegen und bei jüngeren Menschen bis 35 Jahre ungefähr bei ca. 50-60%. Die Zukunftsperspektiven der jungen Generation und der künftigen Generation sind praktisch zerstört. Griechenland soll bis 2014 aus der EFSF, den europäischen Mitteln und vom internationalen Währungsfonds 130 Milliarden und weitere 24 Milliarden, die noch ausstehen, erhalten. Aber immer natürlich unter der Auflage, dass die Sparmaßnahmen verschärft und die sogenannten Strukturreformen vorangetrieben werden. Die Kredite werden zu Wucherzinsen vergeben, 2010 mit 4,5% und 2011 mit 3,5%. Was bedeutet, dass Griechenland mit seinen Gesamtschulden von rund 350 Milliarden Euro in den nächsten 25 bis 30 Jahren mit Zinsen und Zinseszinsen insgesamt 450 Milliarden abzubezahlen haben wird. Das bedeutet, in Zukunft die nächsten 25 bis 30 Jahre jedes Jahr 15 Milliarden jährlich im Durchschnitt. Die verschärften Sparmaßnahmen werden die griechische Wirtschaft weiterhin den Abgrund treiben. Durch diese gewaltige Überdosis an Sparpolitik werden die Maßnahmen verstärken, die Maßnahmen, die Rezession. Die Rezession führt weiter zu verstärkten Schulden, die wieder neue Maßnahmen hervorrufen und dadurch entsteht eine Spirale in den Abgrund für Griechenlands und die griechische Gesellschaft, eine Todesspirale. Diese Spirale soll gemäß den EU-Prämen durch eine Verbilligung der Arbeitskraft durchbrochen werden. Worum es geht, ist also, dass die wahre Arbeitskraft massiv abgewertet wird und wie bereits erwähnt, ist bereits genommen durch das Versuchskaninchen im Fall des Versuchskaninchen Griechenland, wo also bereits innerhalb von zwei Jahren diese gewaltige Minderung eingetreten ist, die bei rund 50 Prozent für die meisten Menschen insgesamt und durchschnittlich liegt. Diese Ausblinderungspolitik ist möglich, weil die herrschende Klasse Griechenlands, der Repressionsapparat des griechischen Staates und die wichtigsten Parteien, wie Lea Demokratia, PASOK und andere, sich in vollem Einverständnis mit der Troika befinden. Was bedeutet, dass die herrschenden Klassen der Länder der Europäischen Union, speziell Frankreich und Deutschland, aber auch der USA, bei denen wir im internationalen Währungsfonds hinter dieser Politik stehen und dass wir es da mit einem massiven Loch der herrschenden Klassen Griechenlands und dem Ausland selber zu tun haben, der natürlich nicht gerade von der Partner ist. Es wird immer gesagt, dass die Memorandenpolitik damit zu tun hat, dass der Euro brennt werden muss, dass Griechenlands im Euro verbleiben soll, dass es um das Schuldenproblem geht, dass es um die großen Probleme der Europäischen Union, das Euro selber geht. Das trifft in gewisser Weise natürlich zu, aber es hat sich längst herausgestellt, dass es wesentlich darum geht, worum es geht in Briechenland. Der Faktor ist, dass eben der Lebensstandard der arbeitenden Bevölkerung massiv gesenkt wird, dass die sozialen und demokratischen Rechte letzten Endes der arbeitenden Bevölkerung, die durch die Kämpfe der Arbeiterbewegung in 100 Jahren erzielt worden sind und speziell seit dem Fall der Militärjunta in Griechenland 1974 erzielt worden sind, vollständig und komplett rückgängig gemacht werden und platt gewalzt werden. Und dass es in Wirklichkeit darum geht, dass das Kapital versucht, durch diese massive Entwertung der wahren Arbeitskraft selber aus der Krise herauszukommen. Und in diesem Sinne ist Griechenland tatsächlich der Vorreiter international und speziell in Europa dieser Politik und dieses Versuches des Kapitals aus der Krise herauszukommen. Sagst du noch was zu den Sozialversicherungssystems unterliegen? Also lass ihn doch bitte, er wird alles erläutern. Er ist ja gerade erst am Anfang, also ganz entspannt. Das ist ja alles, was gislang gesagt wurde. Aber dieses Unterliegen im Sozialversicherungssystem ist heute auch da. Das will ich jetzt nicht werden, meine Damen und Herren. Also womit wir es in Griechenland zu tun haben, ist ein sozialer Kriegszustand, der grundsätzlich zu zwei entgegensetzten Resultaten führen kann. Entweder zur völligen Unterwerfung der arbeitenden Bevölkerung und damit auch zur offiziellen Errechnung einer neuen rechten Diktatur wieder. Weil wir immerhin bereits eine Situation haben, wo man sagen kann, dass die Demokratie weitgehend nur auf dem Papier existiert. Dass die parlamentarische Demokratie völlig ausprobiert worden ist. Dass es sich in Wirklichkeit um Marionettenregierungen einer Diktatur der Gläubiger, also letzten Endes des internationalen Finanz- und Großkapitals handelt. Oder eben zu dem Sieg der sozialen Widerstandsbewegung, die sich in den letzten Jahren in Griechenland verstärkt entwickelt hat. Und das würde dazu führen, dass die herrschende Politik gestürzt wird und eine neue Form von Demokratie etabliert wird. Nämlich die Demokratie der arbeitenden Menschen, die Demokratie der Ausgeboteten und Unterdrückten, einschließlich der legalen und sogenannten illegalen Migranten, die in Griechenland leben. Und die, wie sich in der letzten Zeit herausgestellt hat, ein ganz wichtiger Bestandteil der Klassenauseinandersetzung und der sozialen Katastrophe letzten Endes, von der Griechenland heimgesucht wird, geworden sind. Und damit komme ich zu dem Hauptteil meines Vortrags, den ich bezeichnen würde als die soziale und politische Situation in Griechenland unter der besonderen Berücksichtigung des sozialen Widerstands, wie er sich formiert hat in den letzten zweieinhalb Jahren. Dazu kann man Folgendes sagen. Als die Memorandenpolitik eingeleitet worden ist, Anfang 2010 praktisch, hat es eine Wiederbelebung der gewerkschaftlichen Basiskomitees in Griechenland gegeben, die entscheidend zu dieser Wiederbelebung des sozialen Widerstandes beigetragen haben. Es wurde direkt deutlich, dass man massiv mobilisieren muss gegen diesen massiven Angriff der herrschenden und ihrer Regierungen auf die arbeitenden Leben. Und dabei haben viele linke Organisationen, muss man sagen, eine besondere Rolle gespielt. Insbesondere gehören dazu antikapitalistisch-revolutionäre Organisationen, die in Griechenland traditionell sehr stark zersplittert sind, sich aber inzwischen in verschiedenen Bündnissen teilweise zusammengeschlossen haben. Besonders zu nennen wären dabei Andercia. Ich gehöre selber zu einer Organisation auf des Bartakos, die Andercia angehört. Und man muss sagen, dass die zehn bis zwölf antikapitalistisch-traditionären Organisationen, die in Andercia zusammengeschlossen haben, einen bedeutenden Teil, ich will nicht sagen den bedeutendsten, aber einen der bedeutenden Teil dieser gewerkschaftlichen Basiseinheiten gebildet haben, die in der Lage waren, die Gewerkschaften selber zu reaktivieren. Die sehr stark bürokratisch verknöcherten Gewerkschaftsapparate und Gewerkschaftsführungen in Griechenland, meistens unter Bassock-Führung, die als Transmissionsriemen für die herrschende Politik damals der Bassock-Regierung dienen, unter Druck zu setzen, sodass durch diesen Widerstand und durch diese Wiederbelegung, zu der auch andere Organisationen beigetragen haben, dazu gehören Organisationen, die zu Syriza gehören. Syriza ist ja die Partei, die jetzt sozusagen die erste Kraft der Linken in Griechenland geworden ist, durch die Ergebnisse der letzten beiden Wahlen im Mai und Juni dieses Jahres, indem sie 27 Prozent bekommen hat bei den letzten Wahlen und dadurch zweitstärkste Partei geworden ist. Syriza ist eine Allianz, die dominiert wird von der Partei Sinaspismus. Sinaspismus ist eine Partei, die letzten Endes aus dem Eurokommunismus herkommt, von der man jetzt sagen kann, dass es eine linksreformistische Partei geworden ist, die nicht unbedingt den Sozialismus direkt anspricht, die im Gegensatz zu den Namen Syriza, der das Wort radikal enthält, eher eine moderate Form von Linksopposition und Linkspartei darstellt, die versucht im Rahmen der bestehenden Institutionen und auch im Rahmen der Europäischen Union und der Eurozone sozusagen durch Kompromisse zurechtzukommen und die herrschende Memorandenpolitik zu beenden. Wir wollten also sagen, dass Syriza oder die Hauptpartei von Syriza, der Sinaspismus und vor allen Dingen natürlich ihre Führung einen derartigen Charakter hat, wie wir generell als linksreformistisch bezeichnet würden. Zu Syriza gehören aber auch andere linkere Organisationen, die der antikapitalistischen Linken angehören, mit teilweise mao-stabilistischem und teilweise trotzkistischem, teilweise radikalerem euro-kommunistischem Hintergrund und vor allen Dingen auch den Jugendverband von Sinaspismus, die alle an dieser Basisbewegung der Gewerkschaften teilgenommen haben und dort eine wichtige Rolle gespielt haben. Natürlich gehörten dazu auch andere linke Organisationen, die keinerlei Bündnissen angehören und auch viele unorganisierte gewerkschaftliche Aktive, die eben dort aktiv sind. Und man muss allerdings dazu sagen, dass es eine andere wichtige linke Partei gibt, traditionell die stärkste linke Kraft in Griechenland ist die Kommunistische Partei, die allerdings an diesen einheitlichen Initiativen nie teilgenommen hat, die ihre eigene Gewerkschaftsformation als Parmen nennt und die kommunistische Parteiführung verfolgt eine Politik, die darauf hinausläuft, sich von allen anderen linken Kräften, sowohl von Syriza als auch von anderen linksradikalen antikapitalistischen Organisationen, zu isolieren, alle anderen Parteien und Organisationen auf der Linken letztlich als prokapitalistisch zu denunzieren, kann man sagen. Und dadurch ist die Kommunistische Partei und ihre Gewerkschaftsfraktion zwar eine wichtige Kraft der Arbeiterbewegung und in gewisser Weise natürlich auch des sozialen Widerstands, aber durch ihre Spaltungspaktik und dadurch, dass keine einheitlichen Aktionen und keine Einheitsfolgemittel der Kommunistischen Partei möglich ist, ist es gleichzeitig ein retardierender Faktor, was die Erfolgsaussichten des sozialen Widerstands selber betrifft, in dem er gespalten bleibt. Das muss man ganz offen zu sagen. Und der andere wichtige Faktor in der Arbeiterbewegung selbst ist, die Gewerkschaftsbürokratie bereits erwähnt, der natürlich dazu führt, dass praktisch ein Hellschuh besteht und der Widerstand nicht so mobilisiert werden kann, wie er eigentlich werden müsste. Und alle diese strukturellen Schwächen der Arbeiterbewegung haben sich gezeigt und sind bis jetzt nicht überwunden in der sozialen Widerstandsbewegung in Griechenland selbst. Jedenfalls hat diese Wiederbelebung der gewerkschaftlichen Komitees hauptsächlich dazu geführt, dass im Mai 2010, als das erste Memorandum abgestimmt worden ist im griechischen Parlament, eine für die damaligen Verhältnisse riesige Demonstration in Athen stattgefunden hat, die 200.000 Menschen. Und dabei kam es allerdings zu einem tragischen Zwischenfall, als in einer Bank in der Athener Innenstadt ein Brandsatz hochging und dabei drei Menschen dort ums Leben kamen, was der Regierung damals die Möglichkeit gegeben hat, zu sagen, ja, da sieht man es wieder, der Widerstand führt letzten Endes zu kriminellen Aktionen und sollte nach Möglichkeit unterbleiben. Es war tatsächlich so, dass in den folgenden Generalstreiks, die Generalstreiks nahmen also große Ausmaße an in den Jahren 2010, 2011, insgesamt 19, die Gewerkschaftsführungen sahen sich also veranlasst, immer wieder Generalstreiks auszurufen, die alle politisch motiviert waren und alle zum Ziel hatten, die Memorandenpolitik zu Fall zu bringen und durch eine andere letztlich zu ersetzen. Durch diesen starken Widerstand der Herrschenden, allerdings mit der Vorderrückung, der Rückendeckung, nicht zu sagen dem Druck der Troika natürlich, war es allerdings bis Sommer 2010 nicht möglich, diese Politik zu stürzen und die erste Runde der Auseinandersetzung ging also, wenn auch mit starken Blessuren für die Regierung, trotzdem an die Regierung selbst. Trotzdem zeigte sich sehr schnell, dass die Bevölkerung sehr kritisch auf diese gesamte Situation reagierte. Es kam, das zeigte sich sehr deutlich bei den Kommunal- und Bezirkswahlen im November 2010 in Griechenland, als PASOK bereits 1,2 Millionen Stimmen verlor und die Wahlbeteiligung damals auf 50 Prozent zurückging. Die Linke wurde gestärkt damals, das zeigte sich deutlich, hauptsächlich profitierte davon die Kommunistische Partei, aber auch die antikapitalistische-traditionäre Linke, praktisch anders hier, hatte damals ein für ihre Verhältnisse recht gutes Ergebnis mit 1,9 Prozent der Stimmen und es war sogar möglich, im Athener Zentrum, das traditionell als konservativ und rechts gilt, mit 2,9 Prozent einen Stadtgeordneten zu bekommen. Wobei man allerdings dazu sagen muss, dass gleichzeitig die Nazi-Horde, die in letzter Zeit sehr stark in den Vordergrund getreten ist, mit Namen Ressi Avim, goldenes Morgenrot, zur selben Zeit im Athener Zentrum 5 Prozent der Stimmen bekam und dadurch auch einen Stadtabgeordneten im Athener Zentrum bekommen hat, was, wie sich inzwischen herausgestellt hat, für diese Nazi-Gruppe ein großer Durchbruch ist, denn, wie ihr wahrscheinlich wisst, hat diese Formation bei beiden Wahlen in diesem Jahr im Mai und im Juni fast 7 Prozent der Stimmen bekommen, wodurch der soziale Kriegszustand, der in Griechenland seit über zwei Jahren herrscht, in eine sehr starke politische Radikalisierung und Konfrontation umgeschlagen ist, zulasten der Widerstandsbewegung selbst, muss man natürlich sagen, wodurch eine erhebliche tödliche Bedrohung für die griechische Bevölkerung und die Widerstandsbewegung und die Arbeiterbewegung entstanden ist und wobei man sagen muss, dass diese faschistische Gruppierung mit ihren Erfolgen, die sie inzwischen erreicht hat, tatsächlich, wenn sie dieser Aufstieg weiter anhält, zu einer aktuellen tödlichen Bedrohung für den Widerstand selber werden kann und sie befindet sich bereits an der Spende, eine faschistische Massenbewegung zu gründen. Dazu sollte ich vielleicht einige Worte verlieren. Denn es hat sich gezeigt, dass das Migrantenproblem in Griechenland zu einer zentralen sozialen Frage geworden ist und dass man es tatsächlich mit einer rassistischen Welle, dass der Rassismus, der in Griechenland dadurch zustande gekommen ist, ist, dass in den Anfang der 90er Jahre die Grenzen zu Osteuropa und speziell nach Albanien geöffnet worden sind, wo durch vor allem hunderttausende Albaner damals nach Griechenland gekommen ist, die von Anfang an einer ziemlich starken rassistischen Diskriminierung ausgesetzt waren. Dazu kommt in den letzten zehn Jahren hauptsächlich, außerdem hatten wir auch immer Gemeinden von nordafrikanischen Migranten aus Ägypten, aus Marokko und anderen Ländern in Griechenland, zusätzlich natürlich auch viele aus asiatischen Ländern, was sich in den letzten zehn Jahren sehr stark verstärkt hat und speziell auch in den letzten Jahren sehr stark verstärkt hat. Was darauf zurückzuführen ist, dass die Festung Europa, hauptsächlich in Spanien und Italien gegenüber den afrikanischen Ländern, immer besser, in Anführungszeichen, funktioniert, indem die Migrantenströme dort abgeblockt werden, was dazu führt, dass die meisten Migrantenströme, die aus afrikanischen oder asiatischen Ländern nach Europa eindringen wollen, über die türkisch-griechische Grenze versuchen, in die Länder der Europäischen Union zu kommen. Und dort hat sich gezeigt, dass an der nördlichen türkisch-griechischen Grenze, am Grenzfluss Evos, und in der Ost-Ägäis es immer wieder täglich Versuche gibt, von Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Menschen, die Grenze zu überschreiten. Es ist so, dass diese deutsch-griechische Grenze, durch diese permanenten Versuche, die mit Booten gemacht werden in der Ost-Ägäis und vielen anderen, und auch der Grenzfluss selber, die Überklärung des Grenzfluss selber, ist gefährlich, dass dadurch in den letzten Jahren Hunderte von Migranten bei dem Versuch, die Grenze zu überqueren, ums Leben gekommen sind. Und auf der griechischen Seite sind dort Massengräber errichtet worden für anonyme Tote, die von einem muhammedanischen, geistlichen, sozusagen geistig betreut werden. Inzwischen ist es auch sehr schön zu sehen auf einem YouTube, wo auch dieser geistliche Interview wird vom nordrägischen Fernsehen. Jedenfalls hat der neue griechische Innenminister jetzt behauptet, dass Griechenland ungefähr 1,3 bis 1,5 Millionen legale, wie es heißt, und illegale, in Anführungszeichen, Migranten auf seinem Boden hat und dass diese Situation unverarbeitet worden ist, was dazu bereits geführt hat, dass die neue Regierung, die besteht aus Neodemokratie, APASOK und einer Linkspartei, Nima, Demokratische Linke, neuerdings, dass diese Regierung dazu übergegangen ist, Anfang dieses Monats massiv Migranten in Athener Zentrum aufzugreifen, zu Tausenden praktisch zu verhaften und praktisch in Konzentrationslager sozusagen zur Abschreckung in Griechenland abzuschieben, wodurch Griechenland eine Abschreckung für alle Migranten eben offensichtlich betreibt, die ins Land einwenden wollen. Ebenso kann man sagen, dass die neue Regierung versucht, die Politik, die von der Nazi-Gruppe vorgeschlagen wird, nämlich alle Migranten aus dem Land zu verlagen, von der Regierung selbst umgesetzt wird, um mögliche Stimmen für die Nazi-Gruppe abzuglopen. die Situation ist die, dass sich im Athener-Zentrum eine ziemlich rassistische Stimmung entwickelt hatte in den letzten Jahren, schon praktisch seit zehn Jahren, die von der Nazi-Gruppe ausgenutzt wurde und wo es der Nazi-Gruppe seit einigen Jahren schon gelungen war, einen bestimmten Stadtteil im Athener-Zentrum, wo viele obdachlose Immigranten tatsächlich hingetrieben worden sind von der griechischen Polizei, zu kontrollieren und das in Zusammenarbeit mit der Polizei. Die Nazi-Gruppe hat dadurch mit kleinen Gewerbetreibenden, die durch die ökonomische Krise in schwierige Situationen gekommen sind und teilweise von Existenz bedroht sind, mit denen zusammenzuarbeiten und es hat sich eben gezeigt, dass die rassistische Propaganda, die sich natürlich gleichzeitig auch gegen die Linke richtet, das auszunutzen und auf diese Art und Weise zu bedeutenden Stimmengewinnen zu bekommen, was ja offensichtlich für die Bedrohlichkeit der ökonomischen Krise und der entstandenen sozialen Situationen eben nicht untypisch ist. Man muss dazu sagen, dass die linken Parteien, also hauptsächlich Syriza und die kommunistische Partei, zwar immer sagen, die Repressionspolitik des griechischen Staates gegenüber den Migranten ist völlig unangemessen und schlecht und so weiter, aber die linken Parteien und auch weitgehend die antikapitalistische traditionäre Linke hat es in den letzten Jahren sehr stark verabsorgt, auf diesem Feld sich den Faschisten entgegen zu stellen, diese Ausbreitung der Nazi-Gruppe zu verhindern und sie abzuglocken und in Wirklichkeit hatte sie dieser gezielten Politik der Nazi-Gruppe wenig entgegen zu setzen, außer bestimmten Floskeln und hat sich eben darauf zurückgezogen auf letzten Endes legalistische Konzepte, die völlig aussichtslos sind, denn durch die Krise wird die Nazi-Gruppe weiteren Zulauf erhalten, speziell auch durch die Situation jetzt, dass die Rechtspartei mehr demokratiert die führende Kraft in der Regierung ist und die zunehmende Perspektivlosigkeit und Verzweiflung vieler traditioneller Rechtswähler wird dazu führen, dass die Nazi-Gruppe weiteren Einfluss erlangt wird und dadurch das gesamte sogenannte parlamentarisch-bürgerlich-demokratische System in Griechenland, das völlig verortet ist, weiter desagruiert werden wird und sich praktisch selber mehr oder weniger auflöst. Das ist die Tendenz, mit der wir zu tun haben. Und die einzige Möglichkeit, um dieser schweren Gefährdung etwas entgegenzusetzen, ist ganz offensichtlich, gegen die Nazis auf der Straße selbst zu mobilisieren und das wird nur möglich sein durch eine gezielte Politik der Fraktionseinheiten und der Einheitsfront aller linken Parteien und linken Organisationen, der Basiskomitees, die in den letzten zwei Jahren entstanden sind, vor allem durch die Platzbesetzungsbewegung, die wir im letzten Jahr hatten, die sehr radikal war, die ganz neue Form des gesellschaftlichen Widerstands, vor allem im Jahr 2011 ins Spiel gebracht hat und wo man sagen muss, dass die einzige Perspektive dem Aufstieg der Nazis etwas entgegenzusetzen, aber auch die Memorand-Politik perspektivisch stoppen zu können, genau darin besteht, die Betroffenen, die Arbeitenden, die jungen Menschen, alle, deren Lebensperspektive zugrunde gerichtet wird, selbst zu organisieren, dass die sich selbst organisieren, das muss auf der Basis von demokratischen Prinzipien geschehen und das ist auch einer der Gründe, warum man sagen kann, dass die Politik der beiden großen linken Parteien hier nichts trägt. Es war so, dass die ganze soziale Widerstandsbewegung im Jahre 2011 besonders einen Aufschwung hatte, das hat sich eben gezeigt bei dieser genannten Platzbesetzungsbewegung, die vor allen Dingen den Sintagma-Platz gegenüber dem griechischen Parlament betraf, wo gesagt, wo hunderttausende von Menschen im Mai, Juni und Juli letzten Jahres zusammengekommen sind, protestiert haben und wo ganz neue Schichten von bisher eher politisch inaktiven Menschen in den Widerstand hineingezogen worden sind und wo die Hauptparole dieser Bewegung eben war, wir schulden nichts, wir zahlen nicht, wir verkaufen nicht. Das bedeutet, dass hier bestimmte Elemente einer Übergangsprogrammatik, wie wir sagen würden, sozusagen instinktiv von breiten Kreisen aufgegriffen worden sind, nämlich genau das Prinzip zu sagen, die griechische Bevölkerung schuldet den nationalen und den internationalen Banken keinen Cent, ganz im Gegenteil, die Banken selber müssen unter Kontrolle gebracht werden, es darf nicht sein, dass die Völker und die Bevölkerung Griechenland in diesem Fall den Banken Profiten geopfert werden und zugrunde gerichtet werden, sondern der Ausweg besteht darin, die Banken selber zu nationalisieren und das sollte nach unserer Vorstellung das betrifft an das Jahr unter Arbeiterkontrolle und letzten Endes unter der Nationalisierung des Finanz- und Großkapitals in Griechenland geschehen. Dieser Widerstand fand einen weiteren Höhepunkt letztes Jahr in einem 48-stündigen Generalstreik am 19. und 20. Oktober wo am ersten Streiktag die 500.000 Leute auf der Straße waren und protestiert haben und es sich zeigte, dass der Widerstand immer stärker wurde und immer weiter zunahm, wobei allerdings am zweiten Tag weniger Leute auf den Straßen waren, etwa 50.000 und es zu einem weiteren Zwischenfall kam, als BAMER, der Gewerkschaftsblock der Kommunistischen Partei, vor dem Griechen Parlament aufzog und ein Demonstrant gedötet wurde, bei Auseinandersetzungen zwischen anarcho- Orthonomen Gruppen, die einen Angriff unternahmen auf den BAMER-Block, was unschön war, andererseits der BAMER-Demonstrant wieder von dem massiven Chemie-Gaseinsatz der Polizei anscheinend tödlich verletzt wurde, letzten Endes und dort im Krankenhaus gestorben ist. Im Verletz nahm der Widerstand weiter Höhepunkt an in den darauffolgenden Tagen am 28. Oktober, der ein Griechischer Nationalfeiertag ist und das ist der Reuchittag, der Neintag, der sich gegen die faschistische italienische und deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg richtet und wo Schülerparaden und Militärparaden jährlich stattfinden und an diesem Tag kam es allerdings zu tumultartigen Protesten in ganz Griechenland. Der griechische Staatspräsident musste die Ehrentribüne in Saloniki wegen der Proteste verlassen und die ganze Situation schien darauf hinzudeuten, dass die Situation außer Kontrolle der Herrschenden gerät letzten Endes und in dieser Situation kam es dazu, dass Papandreou zurückgetreten ist und dass eine neue Regierung in Griechenland installiert wurde und das war dann die Regierung des Bankiers Papandreou der ein enger Vertrauter der Troika ist und auch Demokratie wurde praktisch gezwungen in die Regierung einzutreten und das war wichtig weil Demokratie vorgesagt hatte dass sie mit der Memoranden Politik nichts zu tun hatte gleichzeitig kam eine rechtsextrechte Partei mit in die Regierung Laos und Griechenland hatte dadurch zum ersten Mal wieder seit Unterzeiten einen original faschistischen Minister ein Minister der dann im Februar zu der Demokratie übergetreten ist um in der Regierung bleiben zu können es ist so dass die beiden großen linken Parteien die Partei und Syriza während des 48 Stunden Generalstreiks im Oktober die mit der Hauptparole aufgetreten sind Neuwahlen jetzt weil es ja ganz offensichtlich war dass die Regierungspolitik die Memorandenpolitik die Katastrophenpolitik praktisch absolut keine demokratische Legitimation mehr hatte und es also insofern logisch in Anführungszeichen erschien durch Neuwahlen eine neue demokratische Legitimation für die nächste Regierung zu bewirken und eventuell natürlich die Memorandenpolitik zu fallen zu bringen Allerdings führte diese Perspektive und im Zusammenhang mit den Manövern der neuen Regierung selbst führte dazu dass der soziale Widerstand in eine Krise geraten ist und nicht in der Form wie in der ganzen Phase von Mai 2010 praktisch bis Oktober 2011 wo er ständig im Aufstieg begriffen war dass er auf einmal beendet wurde und die größte die schlimmste Niederlage sozusagen die bisherige Aufgipfel um der Memoranden Politik wurde dann abgesegnet im Parlament am 12. Februar 2000 in diesem Jahr eben wo diese Sache mit den 150.000 Staatsbediensteten die zu entlassen sind abgesegnet wurde als ungefähr 800.000 Menschen die in Athen auf der Straße war untergegen protestiert haben also eine gewaltige Zahl ist wieder zu schwer in Auseinandersetzung mit der Polizei gekommen ist und wieder zu schwer Gewalt seitens des europäischen Infektationsapparates gegenüber den Protestierenden wo man aber sagen muss dass diese Proteste keine weitere Fortsetzung mehr hatten in den nächsten Monaten und das ist eigentlich eine Situation die bis heute im Großen und Ganzen angehalten hat es ist also man kann sagen den Herrschenden gelungen in gewisser Weise die Initiative zurück zu erobern mit dem Zugeständnis das gesagt wurde jawohl wir machen dann Wahl und Griechenland wurde hinein manövriert in die Wahlkämpfe von Mai und Juni wobei man sagen kann dass dadurch der soziale Widerstand weg kanalisiert wurde in gewisser Weise und dass die ganze Perspektive und hauptsächlich der beiden großen Partei eben darin bestand zu sagen jawohl in den nächsten Wahlen werden wir versuchen diese Politik zu enden obwohl das schon von vornherein ziemlich illusorisch war trotzdem muss man sagen dass natürlich die Wahlgegebnisse selbst eine Lebensverschiebung bedeutet haben man kann die zunächst mehr als 16% und bei den Wahlen im Juni 27% von Syriza in diese Richtung interpretieren dass eben die Linke zugenommen hat was Ausdruck des großen sozialen Widerstands in Griechenland gewesen ist allerdings wie gesagt um dazu noch einen Kommentar zu machen das Ziel das die Widerstand Bewegung selber haben musste und auch immer wieder ausgegeben hat ist das Vorbild von Argentinien von 2001 in der großen Krise als der argentinische Widerstand gegen eine ähnliche katastrophale Wirtschaftspolitik der damaligen Regierung in Argentinien dazu geführt hat dass nacheinander vier Präsidenten aus dem Amt gejagt worden sind und der letzte mit Hubschraubern unser Ziel als Widerstandsbewegung ist es und muss es sein dasselbe in Griechenland zu wiederholen dass die Regierung selbst der Premierminister und die Minister alle zusammen oder einzeln mit Hubschraubern ausgeflogen werden müssen dieses Niveau von Widerstand haben wir bisher nicht erreicht und es hat mit den strukturellen Schwierigkeiten der Bewegung und der Arbeiterbewegung und der linken Bewegung selbst in Griechenland zu tun dass wir an diesem Punkt noch nicht angekommen sind muss man sagen der die Wahlergebnisse selbst sind also zweifellos Ausdruck einer Linksverschiebung aufgrund der Widerstandsbewegung die sehr stark gewesen ist aber gleichzeitig eben auch hat sich gezeigt dass die Leute es bevorzugt haben die Partei zu wählen die ihnen gesagt hat dass durch eine Linksregierung unter Führung von Siel die größte Kraft auf der Linken geworden ist tatsächlich eine Änderung der Politik zu erreichen ist dazu würde ich noch anmerken um langsam zum Schluss zu kommen dass sich gezeigt hat dass die Siel Führung selbst besonders nach den ersten Wahlen immer weiter nach rechts gerückt ist dass sie immer weitere Zuständnisse gemacht hat dass wichtige Prinzipien wie wir schulden nichts wir verkaufen nichts wir zahlen nichts praktisch von der Siel Regierung unter der Perspektive dass sie die erste Partei werden könnte und eventuell sogar die Regierungsverantwortung übernehmen müsste rückgängig gemacht worden sind indem die Siel Führung gesagt hat was die Schuldenproblematik Griechenlands betrifft müssen wir uns mit unseren Partnern mit den Europäern speziell verständigen wir müssen sehen dass die Schulden für Griechenland lebensfähig werden in Afras Zeichen wobei natürlich diese Möglichkeit in der Realität kaum bestehen oder praktisch nicht bestehen Ebenso hat die Syriza Parteiführung und ihr Parteiführer gesagt dass die Stabilität des Bankensystems oberste Priorität hat was dies unter den derzeitigen Bedingungen bedeuten soll ist völlig obskur und kann natürlich den Widerstand in dieser Form keineswegs beflügeln ebenso hat der Syriza Vorsitzende gesagt dass die Migranten tatsächlich ein Problem sind das gelöst werden muss also wieder ein Zuständnis an die offizielle herrschende und jetzt eine sehr rassistische Auffassung und Praxis und die linken Parteien gehen mit Floskeln einher zu sagen naja man sollte die Migranten dahin gehen lassen wo sie hinwollen nämlich in ganz auch die anderen europäischen Länder in die sie nach dem W2 Akkord nicht gehen dürfen und wo sie von den anderen europäischen Ländern die natürlich genauso was sich bestimmt letzten Endes wie die griechische Regierung in Griechenland bleiben müssen ich würde sagen ich mache hier Schluss und damit kann die Diskussion haben vielen Dank erst mal ja ja Vielen Dank.